Ja, nun sitzen wir. Äh, Frage-Antwort-Video. Als allererstes möchte ich mich erstmal entschuldigen für meine Optik. Das stört mich übrigens, wo ich ein bisschen dicker war. Oder jetzt bin ich immer noch moppelig. Und das ist das, was ich überhaupt hasse. Mein Doppelkinn. Und jetzt fällt es richtig auf mit dem Bart. Also, Bart muss wieder wachsen. Sind schon ein paar Stoppeln da. Punkt. Als allererstes wollte ich mal ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Ich gucke mal so, wie es YouTube mir gerade vorsteht. Marco, wegen deinen Zylinderköpfen. Schau dir die Jungs von Red Hat mal an. Bei YouTube, die bieten sowas an. Im Moment habe ich mit den Zylinderköpfen noch gar nichts vor. Ich habe sie erstmal eingelagert. Die liegen schon seit... Ich weiß gar nicht, ob ich die letzten Zylinderköpfe gekauft habe. Aber das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Von daher, die können auch noch ein paar Jahre liegen. Wenn mal Zeit dafür ist, gehen wir an die Zylinderköpfe. Ich habe hier auch BP Motorentechnik gesehen. Der ist ja nicht weit weg von uns hier. Sind glaube ich gerade mal in wie 4 Kilometer. Den Björn kenne ich natürlich auch. Da könnte man vielleicht auch mal hinfahren. Und den mal fragen. Der macht übrigens auch immer meine Motoren unterbauen. Der macht meine Kurvelle einmessen. Wird es also auch ein Video geben. Wir werden ja für unser 15er Projekt die Kurvelle einmessen müssen. Von daher fahren wir da eh zum Björn. Weil das macht der Björn mit uns. Nächste Frage. Der W12. Unser Audi A8. Das Video, was euch so gut gefallen hat. Unser Anzug Video. Da hatten wir ja so eine Anzugswoche am Dienstag. Das mit dem Admiral. Mit dem alten Oldschool Anzug. Und dann am Freitag das Video mit meinem eigenen Anzug. Das war sogar meine. Also den musste ich mir nicht bei meinem Nachbarn leihen. Ob der zum Verkauf gehören wird. Also in die Sammlung. Oder ob der zum Verkauf stehen wird. Der wird in den Verkauf gehen. Aber noch nicht. Auch eine gute Frage. Was empfiehlst du für Öl bei deinen 2,2 Liter Turbomotoren? Ich persönlich. Öl ist wirklich eine Glaubensfrage. Der eine schwört auf das Öl. Der andere schwört auf das Öl. Öl ist wirklich eine Glaubensfrage. Ich persönlich fahre immer ein 20W50 oder ein 20W60 Öl. Allerdings nicht von Castrol. Das habe ich früher mal gefahren. Fahre ich heute nicht mehr. Daher bin ich seit 2008 nicht mit zufrieden gewesen. Ich habe ganz oft. Wir haben es natürlich schon nicht mehr hier stehen. Von Lukas gefahren das Öl. Oder jetzt halt von Motul das V300. Bin ich sehr mit zufrieden. Aber wie gesagt Öl ist eine Sache. Da können wir lange drüber reden. Ich habe damit die besten Erfahrungen. Fahre sogar auch in meinen Standardautos. Wie im Smart bin ich es gefahren und und und. Also das ist nicht nur für die 20W Motoren. Sondern ich fahre es eigentlich in allen Motoren. Selbst im 2 Liter TFSI fahre ich es. Oder im 1.8 T. Überall kommt das Öl rein. Ich weiß wenn es kalt ist. Im Winter klingeln die ein bisschen lauter. Oder klappern die ein bisschen lauter. Weil das Öl halt länger braucht. Bis es eben von der Viskosität her nach oben kommt. Aber trotzdem fahre ich das Öl. Ich habe nämlich gute Erfahrungen. Deswegen Öl ist eine reine Glaubensfrage. Das muss jeder von euch selber herausfinden. Neue Projekte kommen. Und zwar. Der Pelle hat richtig geile Sachen in seiner Garage stehen. Der Pelle ist nämlich auch so ein leidenschaftlicher Sammler. Genauso wie sein Fatty. Die sammeln nämlich auch alte Autos. Und können auch nichts hergeben. Unter anderem. Was ich weiß. Was beim Pelle noch in der Garage steht ist. Das habe ich euch ja erzählt. Ein 2.6er Mercedes. Den er umbaut. Auf frei programmierbare Anlage. Hat er soweit auch schon fertig. Und auf Turbo. Also 2.6 Liter rein. Sechszylinder Turbo. Das Auto wird kommen. Holen wir zu uns in die neue Halle. Sobald alles steht. Gibt es Projekt drüber. Was der aber auch noch in seiner Garage hat. Für die BMW Freunde. Ein E30. Und das ist glaube ich so ein. Ich meine es waren 325 vor 88. Also noch der ganz alte mit dem Blechchchrom Stoßstangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das Auto nur zweimal gesehen. Also die Jungs haben auch was. Es kommen auf jeden Fall noch andere Autos. Um das etwas kürzer zu fassen. Also nicht nur Audi. Aber gebt uns ein bisschen Zeit. Weil es wirklich gerade sehr 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 üble Zeit. Und der Giuliano sitzt ja noch in unserer alten Firma hier. Und der Giuliano sagt mir. Die rufen viele an. Fragt. Zwecksmann. 200er Schlachter. Erstmal nehmt ihr mich da auseinander. Und sagt. Mensch das Auto darf nicht geschlachtet werden. Wenn ich euch sage. Der muss geschlachtet werden. Dann ey glaubt mir. Dann ist der wirklich kaputt. Der hatte mal so einen starken Seitenschaden. Und dass da alles mögliche an Türspalte und Spaltmaße nicht mehr passen. Und das Auto wieder zu richten. Würde den Kostenfaktor so immens überschreiten. Was selbst dem hohen Fahrzeugwert meiner Meinung nach nicht rechtfertigt. Dass ich sage. Den schlachte ich. Also denkt ihr euch. Okay. Dann kann ich ja Ersatzteile von dem Auto haben. Und jetzt haben ein paar Leute schon angerufen. Die auch mich persönlich schon am Telefon hatten. Und haben gesagt. Ey Marco. Ich könnte das Lenkrad gebrauchen. Ey Marco. Ich könnte die Sitzausstattung machen. Ey Marco. Ich könnte die Stoßange brauchen. Oder die abnehmbare Anhängergruppung. Oder was auch immer. Und dann frage ich euch immer. Was denkt ihr denn. Was der Schlachter gekostet hat. Und dann habe ich Sachen gehört. Wo ich selber gelacht habe. Wo die Leute sagten. Mensch du bist der 15. Marco. Den wird dir einer gegeben haben. Für 500 Euro. Und ich habe es vergessen zu erwähnen. Deswegen gehe ich jetzt darauf ein. Um auch mal ein paar Preise zu nennen. Ich habe für dieses Schlachtauto. Fast 5000 Euro bezahlt. Das ist kein Spaß. Könnt ihr gucken. Wem der vorher gehörte. Dann wisst ihr. Dass ich das bezahlt habe. Also wir. Fast 5000 Euro. Kommt auf die Rechnung. Zu unserem Umbauprojekt. Als Teilespender. Und deswegen kann ich euch sagen. Auch ich. Bezahle. Und muss das auch teuer kaufen. Das zum Thema. Jetzt kann ich also zum Beispiel. So ein Lenkrad. Nicht für. Einer hat mir 40 Euro geboten. Oder 50 Euro. Da habe ich mir gedacht. Hey Jungs. Nimmts mir übel. Das lasse ich dann halt. Erstmal so wie es ist. Also das Auto bleibt zusammen. Aber. Zum Reparieren ist er halt. Zu schlecht. Aber sobald. Meine Jungs. Alle in der neuen Firma sind. Und wir da wieder. Unsere Ordnung gefunden haben. Beginnt natürlich das Projekt. Weil ich will. Bin heiß. Ich sitze auf heißen Kohlen. Und ich will das Auto fahren. Also ich habe richtig Bock. So. Das zum Thema 200er. Das wir mal im Preis genannt haben. Zack. Fast 5000 Euro. Das Schlachtauto. Nicht geschenkt bekommen. Und billig irgendwo her. Sondern teuer gekauft. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen. 5000 Euro knapp bezahlt. Was soll ich da reinstecken. Dass das Auto wieder perfekt ist. Da gehen locker. Locker nochmal 15 Reihen. Das Auto wird auseinander genommen. Wenn einer damit ein Projekt vorhat. Kann er sich gerne bei uns melden. Wenn er läuft. Wie gesagt. Wenn der V8 mit dem 15er läuft. Dann kommt die Karosserie. Von mir aus. Am Stück weg. Mit Sitze. Ohne Sitze. Das ist mir egal. Also wie gesagt. Ich brauche für den Auto. Nur den Armtriebsstrang. Tachoeinheit. Ein bisschen Kabelbaum. Etc. Und der Rest kann dann weg. Felgenbehaltig für unseren grünen 200er. Das hatten wir ja darüber gesprochen. Für den Typ 43. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Weil viele Leute echt meinen. Ich hätte den geschenkt bekommen. Leider war dem nicht so. Hier ist zum Beispiel eine Frage. Wann geht ihr auf euren Delta ein? Kleines Video würde reichen. Es gibt ja ein Video von unserem Lancia Delta Integrale. Unser erstes Video hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Machen wir aber auch ein neues Video dazu. Kommt was. Boah. Krasse Frage hier. Nun habe ich noch eine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest. Deinen Audi 80 G in ein Sport Quattro zu tauschen. Würdest du es machen? Boah. Nein. Sport Quattro. Keine Frage. Halbe Million Euro. Gegen mein Auto. Boah. Das ist echt unfair. Das wäre echt eine unfaire Frage. Also es ist eine unfaire Frage. Weil ich muss mir vorstellen. Ich sehe rechts den Sport Quattro stehen und denke so. Mein Traum. Mein wirkliches Traum Auto. Boah. Und dann in weiß, rot oder schwarz wäre mir eigentlich scheißegal. Und dann da links daneben. Mein Audi 80. Und ich wüsste ich muss ein hergeben. Hm. Ich weiß nicht. Boah. Ich wüsste es nicht. Ich glaube ich würde es verneinen. Ich glaube ich würde es wirklich verneinen. Die Frage geht mir auch zu weit in meinen Kopf rein. Also das muss ich euch sagen. Ich glaube nein. Wir lassen die Frage am besten. Hier sehe ich zum Beispiel eine Frage, die finde ich ganz lustig. Gibt es die Jacke, die ich oft im Winter getragen habe mit den verschiedenen Firmenlogos, bei dem Shop? Ne. Das war mal so ein Versuch, den Marcel und ich mal gemacht haben, wo alle so die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach mal auf eine Jacke so drauf geballert haben, um zu testen. Das war vom Aufwand her relativ hoch. Von daher würde der Preis für die Jacke sich nicht rechtfertigen. Also ich würde euch quasi eine Jacke zu teuer verkaufen. Daher haben wir gedacht, die machen wir für uns und unsere Leute, die damit rumrennen. Also das ist so ein Einzelstück, die quasi ich habe. Bin ich aber auch stolz drauf, weil ich finde die Jacke sieht auch geil aus. Mich hat keine, ne? Ne. Selbst der Mich hat keine. Ganz viel lese ich natürlich über unser Polo-Projekt. Kommt auch die Tage was. Da hat der André mich nämlich zu angerufen. Der André hat für unseren Polo einen Plug-and-Play-Lader. Also das heißt, abschrauben den K14 übrigens. Ich habe K16 im Video gesagt. Das ist ein K14 von einem 1,6er Golf Turbodiesel. Und dafür hat er ein Upgrade machen lassen. Also sprich mit größerer Rumpfgruppe, aber das zeigen wir alles im Video. Also für den Polo-Turbo wird es so einer der nächsten Autos sein, wo wir wieder dran gehen werden. Unser G40, unser blauer 86C, bleibt ja wie er ist. Da machen wir nichts mehr dran. Der ist jetzt soweit fertig. Unser Silberner 1300 Turbo, da wird es demnächst dran gehen. Wo wir demnächst auch dran gehen zum Beispiel ist an unseren 1.8T Audi 80, der noch in der Halle steht. Da werden wir dann auch mal dran gehen und werden mal was mit anderen Düsen machen. Und wollen überhaupt mal eine Leistungseingangsmessung machen, was der jetzt überhaupt dann Leistung hat. Und wir nehmen ruhig bei dem Auto mit auf Probefahrt, wenn wir ihn programmieren. Also da nehmen wir euch dann auch mit. Hier ist wieder auch eine eigenartige Frage. Ich finde die Fragen immer alle. Welches Gefühl hast du lieber 15er Marco im Begriff zu Audi 50? Audi 50 ist der Polo 1. Also erste Serie Polo und Audi 50. War ich mir eigentlich sicher, dass diese Autos beide baugleich sind. Also 100% baugleich sind. Aber jetzt habe ich mit Mike dabei gesprochen. Die Dachlinie wusste er jetzt anders. Also es gibt wo ganz kleine Unterschiede. Als Spaßmobil, als 15er Turbo Umbau noch zu bauen. Also auf Deutsch gesagt, wir wollen den Motor rausnehmen. Den 50, 60 PS Motor und dann 15er Turbo. Wäre meiner Meinung nach ein Audi 50. Gibt schon wahrscheinlich noch ganz ganz wenige. Und so einen zu zerreißen, um dann 15er Turbo einzubauen. Wenn ich eine Audi 50 kriege oder hätte oder haben würde, würdet ihr einfach bei uns im Museum chillen. Als Serienauto. Gibt es ja auch Tuningfahrzeuge von Kunden mal zu sehen. Wie gesagt, Kunden haben wir in unserem Tuningbereich nicht. Aber vielleicht, wenn wir die Zeit dafür haben, nehmen wir halt eure Autos. Dass ihr mir mal eine E-Mail schickt und sagt so, pass auf, das ist mein Auto mit einem Bild dabei. Ist ein 15er. Da habe ich ein bisschen Ahnung von. Hab selbst dran geschraubt und könnte das erklären. Und dann können wir euer Auto mal vorstellen. Aber häuft uns jetzt nicht mit E-Mail zu. Jetzt aktuell können wir sie gerade nicht gebrauchen. Aber es wird alles kommen. Also wie gesagt, ich freue mich ja auch, wenn ich eure Autos kennenlerne. Weil ich, wie gesagt, mich damit nicht auskenne. Mach halt ein Auto an. Und ich könnte euch vielleicht dann euer Auto billig abschwatzen. Weil ich da vielleicht Bock drauf hätte. Aber euch das erklären könnte ich nicht. Ganz oft lese ich auch die Frage zum Thema Abnehmen. Aber das hatten wir auch schon. Schneide ich kurz an. Jetzt im Moment bei der stressigen Phase kann ich sagen, habe ich 300 Kilo wieder drauf gefuttert. Weil Körper keine Kraft. Also habe ich auch ordentlich gegessen. Wo fährst du am liebsten in den Urlaub um? Was hältst du von internationalen Messen wie Goodwood, Sima oder generell von Amis oder Jampanern? Wo wärst du am liebsten im Urlaub? Ich bräuchte, glaube ich, mal vom Körperlichen her und vom psychischen Kopf her mal Urlaub. Aber jetzt im Moment ist ja nicht dran zu denken. Aber ich glaube, am meisten wäre für mich Urlaub. Mit Freunden zu verbringen und hier bei uns in Deutschland einfach mal das zu machen, wo man gerade Bock drauf hat. Eine Runde Kart fahren, auch ordentlich was essen gehen. Danach eine Runde Kart fahren, wenn man vorher gut gegessen hat. Ihr versteht, ich glaube ich wisst, was ich meine gerade. Weil ich weiß, wenn wir Kart fahren waren, waren wir vorher immer essen und dann hast du gedacht, in deinen eigenen Helm rein. Was? Bist du eigentlich schon mal Kart gefahren? Nee, ich bin noch nicht Kart gefahren. Boah! Das war die Challenge. Wir fahren auf jeden Fall Kart und das machen wir mal. Dann nehmen wir euch vielleicht mal mit. Das wäre eine coole Idee. Wir machen mal abends einen Ausflug für die Firma. Mittlerweile sind wir ja ein paar Mal, machen wir eine halbe Stunde hier in Dortmund Kart fahren. Frage, was würdest du beruflich, Marco, würdest du dich beruflich gerne was anderes machen außer Autohändler? Gute Frage eigentlich. Nee, es müsste auf jeden Fall mein Beruf muss mit Autos zu tun haben. Wenn man mich nach meinem Wunsch fragen würde, würde ich gerne halt nur Classic Cars machen. Also alles so Young und Oldtimer, also Autos bis maximal 20 Jahre, also alles älter als 20 Jahre. Das wäre so das, wo ich am liebsten mit handeln würde. So bis maximal 95er Autos. Das wäre so mein Traum, dass ich sagen würde, ich will nur mit Classic Autos handeln. Oder Youngtimers. Aber das geht halt nicht. Weil somit kann man ja sein Geld nicht verdienen und erstmal bekommt man die Autos nicht immer. Und wie gesagt, ein Auto handelt, wie ihr schon sagt, ich muss ja damit mein Geld verdienen. Ich will den ja nicht irgendeinen billig abluxen, sondern anschließend den nächsten Teuer verkaufen. Obwohl das ja der Autohändler Beruf ist. Daher würde ich auf jeden Fall in dem Beruf bleiben wollen. Aber das Einzige, was mich in dem Beruf wirklich stört, ist, wenn man ein Auto günstig kauft bei uns. Ich sag mal deutlich unter 5000 Euro. Dann haben die Autos ja alle immer bei uns zwei Jahre TÜV, haben eine Garantie dabei. Das macht ja kaum noch ein Autohändler. Und wenn dann die Leute mal ein Problem damit haben und wir das reparieren. Wir geben den Werkstatt Ersatzwagen mit. Wir reparieren elektronische Bauteile, die nicht in einer Garantie immer enthalten sind. Zum Beispiel ein Steuergerät kaputt. Haben wir schon ein paar mal jetzt gehabt. Wir reparieren es dann, berechnen es nicht mal und bringen das Auto dann weg. Und die haben von uns einen Leihwagen. Und dann wird angerufen nach einer Woche. Ja, wieso ist mein Auto noch nicht fertig? Und wieso dauert das überhaupt alles so lange? Und dann müsst ihr euch vorstellen, das zieht mich richtig runter. Weil, was soll ich noch mehr machen? Ich repariere schon. Wir machen das schon heile. Und wir können ja auch nicht vorher gucken, ein Steuergerät geht kaputt oder geht nicht kaputt. Da machen wir das heile. Berechnen den Kunden dann teilweise, wenn überhaupt nur die Reparatur des Steuergerät. Wenn man sich was anguckt, man kriegt was am Telefon beschrieben. Und das ist nicht so vom Zustand, wenn man etwas Billiges kauft, erwarte ich keinen Neuwagen. Aber wenn man mir sagt, Auto läuft, Schilder dran machen, nach Hause fahren, geht. Dann sage ich, okay, geil. Aber wenn du dann irgendwo hinkommst und man wird einem gesagt, du kannst rote Nummer bringen, das Auto fährt. Es springt nicht an, weil nicht mal eine Batterie drin ist. Oder wenn er dann anspringt, geht er aus, weil kein Diesel drin ist. Und dann füllt man Diesel auf und es fährt immer noch nicht. Und man fährt 250 Kilometer für umsonst und denkt sich so, warum sagt man nicht am Telefon, hey, pass auf, das Auto steht seit zwei Jahren hier. Keine Ahnung, bring den Akkupack mit, bring dir mal eine Batterie mit, bring dir eine kleine Werkzeugkiste, eine Latzhose mit. Und dann kannst du hier mal schrauben, dann springt das Ding vielleicht irgendwann an. Eventuell kannst du es fahren. Ich schlage aber vor, bring dir direkt einen Anhänger mit. Einfach klar gesprochen. Und dann wäre ich manchmal viel, viel dankbarer darüber, als diese Lockerei. Komm erst mal hierher, dann nimmst du eine E. Und das ist nicht so das, was ich machen würde. Weil wir versuchen es hier wirklich ordentlich zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel in meinem Juschen immer gesagt, beschreibt das Auto bitte immer schlechter, wie es ist. Lieber sollen die Leute kommen, positiv überrascht sein. Statt hierher zu kommen und zu sagen, sie haben gesagt, der Wagen ist top. Wie gesagt, das sind halt alte Autos. Das ist das Einzige, was mich so in meinem Job runterzieht. Ansonsten habe ich da wirklich Spaß dran. Weil Autos ist halt meine Leidenschaft. Und wie gesagt, am geilsten wäre nur alte Autos. Das wäre halt wirklich geil, dass man nur so in dem Klassikbereich Autos verkauft. Young und Oldtimer. Also nicht nur Oldtimer, sondern auch Youngtimer. Deswegen, das wäre so ein Traum. Kann man sich nicht immer erfüllen. Aber das wäre dann, würde mein Job mir noch mehr Spaß machen. Und jeder, der ein Auto kauft und dann mal vielleicht damit ärgert und wird trotzdem bei uns geholfen, einmal kurz nachdenkt und sagt, okay, er will uns ja helfen. Wenn er da kurz drüber nachdenkt, bevor er losmeckert. Ich kann das verstehen, dass ihr sauer seid, wenn ihr bei uns ein Auto kauft. Und nach fünf Monaten ist die Batterie leer. Ich stehe beim Einkaufen, kriege mein Auto nicht aufgedrückt, weil ich vielleicht das Handschuhfach aufgelassen habe oder das Licht angelassen habe. Ich stehe im Regen, mein Auto geht nicht auf und springt nicht an. Und ich stehe im Regen, dann rufen die an und meckern mich an. Aber ich kann da nichts für. Das wäre das Einzige, wenn die Menschen, bevor sie losmeckern, einmal kurz nachdenken. Und dann, er wird uns ja eh helfen. Das wäre geil. Wäre eine geile Sache. So, jetzt haben wir genug erzählt. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir haben jetzt so viele Fragen beantwortet. Was ich jetzt machen möchte, eine Frage war, wie war dein beruflicher Werdergang? Und dafür habe ich was mitgebracht. Und zwar meine Mappe, Zeugnisse, Gesellenbrief, Bundeswehr, Verdienstabrechnung. Ich habe die Zeugnisse eigentlich gesucht von der Schule, weil, wie ihr merkt, lasse ich mich unheimlich schnell ablenken. Ich sehe was, rede, erzähle euch was und sehe im Augenwinkel. Das beste Beispiel war, mit Software bei ihr in einem Auto. Und ich sehe die Kamera und sage, Software an der Kamera machen. Verstehst du, was ich meine? Also mein Kopf. Ich kann mich an meine Zeugnisse erinnern von der ersten oder zweiten Klasse. Das liegt leider bei meiner Mutti zu Hause. Deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Da steht drin, Marco lenkte sich und andere Mitschüler ab und ließ sich schnell vom Unterricht ablenken. Also das war schon bei mir in der Schulzeit so. Das stand schon in meinem Zeugnis, zweites Schuljahr. Hier. Um von meiner Schulzeit kurz zu erzählen. Ich bin in der dritten Klasse einmal kleben geblieben, wie man so schön sagt. Sitzen geblieben. Ich sehe den Micha hinter der Kamera schmutzeln. Ich sehe ihn nicht. Der dritten? Hier, einer dritten bin ich. Wie geht das denn? Vielleicht konnte ich nicht mal rechnen. Hat man in der dritten Klasse schon mal rechnen? Ich weiß es. Boah, keine Ahnung. Ich habe bei uns in der Firma festgestellt, alle, wirklich alle, haben einen besseren Schulabschluss als ich. Alle sind Gebilderte. Der eine hat Abitur, der andere hat Fachabitur, der andere studiert. Wir haben ja hier alles. Zwei Meister haben wir bei uns. Ich bin nur der Geselle. Ich bin hier auf jeden Fall der Dümmste, haben sie sogar gesagt. Der Dümmste bin ich nicht. Der Schlechtgebildeste. So, wie gesagt, dritte Klasse kleben geblieben. Ich war auf einer Gesamtschule in Dortmund bis zur Klasse 9. Also ich habe die Klasse 9 dann auch durchgezogen und habe dann so gemerkt, dass ich zu der Zeit schon so in meinem Mofa-Feeling war. Ich bin also zu der Zeit schon mit meinem Mofa zur Schule gefahren. Da war ich schon so motorenbegeistert und zwei Takter. Und ich könnte soweit vom Thema abschweifen. Das wäre so krass. Fünf Markstück auf dem Kolben. Hat Papa gesagt mal, das wird mehr Leistung bringen. Zu viel jetzt auf jeden Fall. Das reicht schon. Viele Leute haben schon verstanden, was man versucht hat. Naja, jedenfalls war mir dann klar, dass ich nach Klasse 9 abgegangen bin. Und zwar, was habe ich gemacht? Na klar, eine Kfz-Lehre angefangen. Also ich bin abgegangen nach Klasse 9 mit einem Hauptschulabschluss nach 9. Hier ist mein Gesellenbrief. Michael, sieht man ihn? Mhm. Sehr gut. Mein Gesellenbrief habe ich bestanden am 11. Januar 1997. 1997 habe ich also meine Prüfung gemacht. Angefangen habe ich die Lehre 1.8.1993. Und meine Lehre habe ich angefangen bei Autohaus Hirsch hier in Dortmund. Das waren VW-Audi-Händler. Und dazu habe ich jede Verdienstabrechnung. Und ich habe auch meine erste Verdienstabrechnung. Das war vom 1.8. bis zum 31.8.1993. Auszubildende Vergütung. So, brutto gab es 710 Mark. Das heißt, ein Netto-Auszahlungsbetrag auf meinem Konto ging das erste Mal ein. 494 Mark und 25 Pfennig. Und ich weiß, die Älteren, noch Älteren von uns jetzt, die zuschauen, die können sogar sagen, die haben in der Lehre nur 300 Mark verdient. Was ich vielleicht negativ dazu sagen muss, wenn ich überlege, was ich bei VW gelernt habe. Handlampe halten. Werkstatt fegen. Freitags Gebrauchtwagen waschen. Unkraut zupfen konnte ich auch ganz gut. Und eigentlich habe ich mit meinen Schrauben, weil ich selber interessiert war, den Zugang gar nicht bekommen habe bei meiner Lehre. Das ist zum Beispiel, was mich halt damals gestört hat. Du bist wissbegierdig. Da wurde aber auch nichts so repariert. Da wurde halt immer ausgetauscht. Das war zu meiner Zeit schon, wo ich die Lehre angefangen habe. Wie gesagt, 1993 war der Golf 3 ein ganz aktuelles Auto. Da kam gerade der Golf 3 VR6 raus. Das werde ich nie vergessen. Auf jeden Fall habe ich da beim Schrauben nicht viel gelernt, sondern man hat sich das selber beigebracht. Ich habe damals zu der Zeit halt ein Polo gehabt und habe da halt viel selber ran geschraubt. Und halt versucht. Wo ich ein bisschen was gelernt habe dann in meiner... Ich hatte dann ein Jahr Karosserie-Zeit in der Firma bei VW. Da habe ich viel gelernt. Also da waren Sachen interessant bei. Hat mir auch Spaß gemacht, Karosserie-Arbeiten. Naja, 1997 habe ich dann meine Prüfung bestanden. Praktische Prüfung, Prüfungsstücke, befriedigend. Arbeitsproben, befriedigend. Ergebnis der praktischen Prüfung, befriedigend. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Jetzt kommt schriftliche Prüfung. Technologie, befriedigend. Arbeitsplanung, mangelhaft. Wie heute. Man merkt es ja, ne? Ja. Jetzt kommt es noch viel schlimmer. Technische Mathematik. Ach du Scheiß. Ungenügend. Das geht? Ich habe eine Sechserung Zeugnis. Prüfung, Wirtschaft und Sozialkunde ausreichend. Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfung ausreichend. Aber bestanden. Aber ich sage ja, hier am Schreibtisch habe ich auch nichts verloren. Genauso mit dem Ding hier. Meine Lehre wurde nach zweieinhalb Jahren bei VW abgebrochen, weil ich als Jugendlicher, gerade meinen Führerschein neu, alles im Kopf hatte. Nämlich nur mein Privatleben und meine Autos, Autos, Autos. Da habe ich mir einen Drehmomentschlüssel von der Firma geliehen. Mein Meister, nicht mein Meister, mein Geseller hat gerade den Drehmomentschlüssel mit. Kein Problem. Bring ihn morgen früh pünktlich zur Arbeit wieder. Dann kannst du ihn dir ausleihen. Also ich hatte meinen Gesellen gefragt. Ja, was habe ich gemacht? Wir haben abends einen Zylinderkopf an einem VW Derby draufgeschraubt. Tja, das ging bis mitten in der Nacht. Am nächsten Tag hätte ich Berufsschule gehabt. War mir nicht ganz so wichtig. War schlafend wichtiger. Sprich, der Werkzeugschlüssel lag in meinem Auto. Ich habe ihn nicht zur Arbeit gebracht. Ein Riesentheater. Der Geseller hat einen Riesen auf den Kopf gekriegt. Ich musste bei meinem Schiff antreten. Da war ich eh nicht so gern gesehen, weil Berufsschule, wie ihr auch am Zeugnis sehr unschwer erkennen konntet, ich nicht der Beste war in der Berufsschule, auch nicht so die meisten Tage vorhanden war, gab es dann meine Kündigung. Meine Mama hat mir damals meinen Arsch gerettet, habe mich bei Toyota reingebracht. Ich habe dann also das letzte Lehrjahr bei Toyota durchziehen können. Und da muss ich euch sagen, habe ich viel gelernt. Da haben die mich auch schrauben lassen. Ich durfte Bremsen machen. Ich durfte wirklich bei Zuschauern bei Motoren und wie Motoren instand gesetzt wurden. Richtig geile Lehrzeit. Also das letzte Lehrjahr bei Toyota war wirklich geil. Habe es da dann auch wirklich gerockt. Hat Spaß gemacht. Da war dann für mich natürlich dadurch, dass ich da weitermachen durfte, wurde ich natürlich ein bisschen mehr an die Wickel genommen. Was mir vielleicht auch ganz gut getan hat. Auf jeden Fall habe ich dann bei Toyota meine Lehre zu Ende gemacht und auch bestanden. Danach habe ich bei Honda gearbeitet. Habt ihr in dem einen Taunus-Video gesehen, mein Honda-Overall. Da habe ich ein Jahr bei Honda gearbeitet. War auch eine gute Zeit. Da habe ich auch viel gelernt. Viele lustige Mitarbeiter als Geselle. So. Danach kam meine Bundeswehrzeit. Und meine Bundeswehrzeit kann ich euch sagen. Ich hatte immer Angst davor. Ich wollte nie zur Bundeswehr. War aber auch zu faulen. Ein Befreiungsbescheid oder wie das denn hieß. Früher konnte man dann verweigern und konnte sagen, ich mache Zivildienst. Früher habe ich mir diese Schreibung gar nicht aufgesetzt. Also bin ich zur Bundeswehr eingezogen geworden. Und ich kann sagen, meine Bundeswehrzeit war für mich die schlimmste Zeit. Weil ich weit weg von zu Hause war. Ich war in Dietz. Und ich glaube, egal wer mich von meiner Bundeswehrzeit kennt, mein Major zum Beispiel. Wenn der meinen Namen hört, der schlägt auf jeden Fall die Hände über den Kopf zusammen. Ich hatte da noch einen guten Kameraden bei, der in Bochum ist. Den habe ich heute auch noch ganz guten Kontakt zu, zum Andreas. Ich glaube, die Bundeswehrzeit, da haben die Leute uns wirklich alle gehasst. Ich versuche es mal vorzulesen. Herr Obergefreiter Marco Degenhardt, geboren am 19. Blablablabla, hat den Wehrdienst geleistet. Er war zuletzt als Kraftfahrzeug und Panzerschlosser eingesetzt. Bewertung und Führung von Leistungen. Ich lese euch das jetzt mal vor. Wenn Herr Degenhardt in der Entstandsetzungstruppe mal anwesend war, ging er mit Überlegung an die Aufgaben heran, die von ihm gefordert wurden. Dabei hatte er gute Entstandsetzungsarbeiten abgelegt. Bei der militärischen Anforderung, die an ihn gestellt wurden, war er bemüht, diese zu erfüllen. Seine Führung war immer ausreichend. In der Tätigkeit als Kraftfahrzeugmechaniker und Panzerschlosser hat er sehr gute Leistungen gezeigt. Das heißt, schrauben gut, rennen und laufen nicht so gut. Von der Bundeswehrzeit könnte ich euch sagen, 20 Kilometer Marsch, Freitag. Andreas und ich hatten keinen Bock so richtig. 20 Kilometer, komm. Sind wir mitgelaufen. Zack, kurz vor dem Tor sind wir durch die Büsche zurück auf Stube. Haben Playstation gezockt. Und dann haben wir aus dem Fenster gekommen und gesehen, die ersten kommen schon wieder. Krass, wir müssen irgendwie Wasser. Klatsch, Wasser ins Gesicht. Zurück durch die Büsche. Zack, eingereiht, zack. Dann sind wir angekommen mit dem 20 Kilo Rucksack oder 10 Kilo, was das damals waren, zurückgerannt. Und haben gesagt so, wir sind schon da. Und dann hieß es, ihr beiden Ding hat Kamerau, ihr seid schon hier? Ist ja einer der schnellsten. Ja, wir haben uns beeilt. Wir wollten ja nach Hause. Weil wir wussten immer, Freitags war dieser Marsch. Danach konntest du nach Hause ins Wochenende. Das, was wir vergessen haben, montags beim Antreten, durften wir beide dann mal ins Büro. Ah, hinten bei dieser 10-Kilometer-Marke gab's noch eine kleine Unterschriften-Geschichte. Da muss man unterschreiben, dass man am Wendepunkt war. Hm, schwierig. Wir waren ja nicht da. Das war so. Hab dann gesagt, ja, wir haben das gesehen und wir sind dann zurück. Wir gingen bergrunter. Wir wollten nicht. Also, ich sage ja, Bundeswehrzeit, Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Wenn einer von meinen Kompaniechefs das hier sieht, der denkt sich den hat. Ja, der Typ ist mir im Begriff. 100 Prozent. Also, das war so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Und 2001, ja, 2001 hab ich mein eigenes Gewerbe angemeldet und seitdem mache ich den Autohandel. Auf eigenen Füßen. 2003 hab ich das mit einem Geschäftspartner zusammen gemacht, also mit einem Freund und Geschäftspartner. Bis 2017. Und seit 2017 mach ich's wieder ganz alleine. Ich würd die Zeit nicht missen wollen. Es war alles, was ich so gelernt hab in der Zeit von der Bundeswehr, also von der Lehrer an, über die Bundeswehrzeit an, über das Selbstständigkeitssein, über das Selbstständigsein mit einem Geschäftspartner. War alles cool. Also, ich würd die Zeit nicht vermissen oder nicht zurückdrehen und jetzt was anders machen. Genauso wie es bis jetzt gelaufen ist. Hat's mir wirklich gefallen. Für mich das Wichtigste war, ich muss gerne morgens zur Arbeit gehen. Und das war immer so. Und es war wirklich immer so. Und jetzt im Moment ist es auch so. Halt nur sehr stressig. Ich freu mich immer drauf, wenn wir drüben alles fertig haben. Und dann geht's richtig los, Micha. Da freu ich mich drauf. Und übrigens, das war unser letztes Frage-Antwort-Video in unserem alten Büro. Ich wünsch euch noch einen schönen restlichen Dienstag. Wir fahren jetzt nämlich wieder arbeiten. Ich muss mich wieder umziehen. Meine guten Sachen ausziehen. Arbeitszeug anziehen. Und ran an die Schippe. Und den Micha nehmen wir jetzt gleich auch mal wieder ran an die Schippe. Also, ciao. Ey, Hannes Benz hat immer so gemacht. Uhhh. 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 Uhhh.